Hallo und herzlich willkommen zu Sei Achtsam. Beim Achtsamkeitstraining trainieren wir unser Gehirn, unseren Kopf darauf, wieder präsenter zu sein, mehr im Hier und Jetzt. Es ist eine Art Bewusstseinsschulung, eine Veränderung deiner inneren Haltung. Wir sind meistens sehr abgelenkt und beschäftigen uns noch mit Problemen oder Dingen, die nicht so gut gelaufen sind aus der Vergangenheit oder aber wir sind schon gedanklich in der Zukunft, was wir alles noch erledigen müssen. Wir denken ans nächste Meeting oder noch an irgendwelche E-Mails, die wir rausschicken müssen, während wir irgendwelche Routinetätigkeiten machen, wie Ablage. Ja, wir kennen das alle, solche klassischen Arbeiten, die wir eigentlich gar nicht so gerne machen. Wir sind da nicht präsent. Wenn du nun hier mehr Präsenz haben willst und ganz bewusst diese Tätigkeit ausüben möchtest, kann ich dir den Tipp geben, mach es mit der anderen Hand. Sprich, bist du Rechtshänder, mach es mit deiner linken Hand. Es ist wie morgens beim Zähneputzen, da kannst du es auch ausprobieren. In dem Moment, wenn du die Tätigkeit mit der anderen Hand machst, bist du voll da. Du denkst nicht an andere Dinge, du bist ganz präsent. Du entstresst dein Gehirn, du hast weniger Gedanken im Kopf und dein Körper fühlt sich wesentlich entspannter an. Probier es gleich aus. Ich wünsche dir einen achtsamen Tag.